Doppelpass und Sprint Bauen Sie zwei rote Hütchen im Abstand von 3 Meter ca. 20 Meter neben dem Tor auf. Außerdem noch ein gelbes Hütchen 10 Meter schräg daneben und ein weiteres 2 Meter neben dem Pfosten. Spieler 1 stellt sich zwischen die zwei roten Hütchen, der Rest verteilt sich gleichmäßig auf die beiden Anspielstationen neben dem Tor und bei der 16 Meter Linie vor Spieler 1. Spieler 1 bekommt nun einen flachen Pass zugespielt. Der Spieler nimmt ihn in der offenen Stellung nach rechts zum roten Hütchen mit. Am Hütchen führt er eine Sohlenwende mit dem rechten Fuß durch und spielt mit seinem Mitspieler einen Doppelpass. Nach der Sohlenwende mit links auf der anderen Seite wird ein Doppelpass um das rechte Hütchen gespielt. Spieler 1 schießt den Ball ins Tor und sprintet danach um das gelbe Hütchen und bekommt dort einen zweiten langen Pass zugespielt. Diesen nimmt er an und schließt schnellstmöglich mit einem zweiten Torschuss ab. Danach wechseln die Spieler ihre Aufgaben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dippo ihre Ausbildung. Gom Nur Dippo Super Super Erneut wird ein flacher Pass zu Spieler 1 gespielt. Dieser dreht sich mit rechts zum linken Hütchen auf, macht mit links eine Sohlenwende und spielt mit dem rechten Fuß einen Doppelpass mit seinem Mitspieler. Dann dreht er mit links auf und spielt nach der Sohlenwende mit rechts einen Doppelpass mit dem linken Fuß um das rechte Hütchen. Nach dem Torschuss sprintet er zum gelben Hütchen und bekommt dort erneut einen zweiten Ball gespielt. Er nimmt ihn an, macht einen Seroberto mit rechts und schließt mit links ab. 2 1 1 2 2 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.